Meine Lieben, ich bin unfassbar stolz und aufgeregt, euch in diesem Video offiziell mein Buch ankündigen zu dürfen. Das ist der Gründungsselbstständigen-Guide für alle Themen rund um Buchhaltung, Steuern und Finanzen. Die meisten von euch wissen ja, dass ich seit über 15 Jahren selbstständig bin und seit über 10 Jahren in der Steuerberatung tätig bin. Das heißt, ich habe umfangreiche Erfahrungen rund um das ganze Thema Gründen und Selbstständigkeit in Deutschland generell. Also die ganze deutsche Gründungsbürokratie, all das, was wir eigentlich in der Schule lernen sollten, finde ich. Und ich habe in den letzten zwei Jahren viele Videos veröffentlicht. Auf diesem Kanal sind inzwischen über 500 Videos online, die mehr als zweieinhalb Millionen Mal aufgerufen worden sind. Und ich bekomme pro Monat über 1000 Fragen hier unter diesem Video im Kommentarbereich. Und ich habe all dieses Wissen aus 15 Jahren Selbstständigkeit, 10 Jahre Steuerberatung, 500 Videos, Millionen von Aufrufen, tausende Kommentare in dieses Buch gepackt. Und zwar in den letzten Monaten war ich wirklich fleißig, habe an diesem Buch geschrieben. Zusätzlich habe ich noch umfangreiche Checklisten und Vorlagen und Beispiele und so weiter zusammengetragen. Das heißt, mit diesem Buch bekommst du wirklich einen riesen Ordner an Vorlagen und das Ganze ist jetzt fertig geschrieben. Du kannst das Buch also vorbestellen und im Februar 2024 wird es dann in deinem Briefkasten liegen. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben schon mal so stolz auf etwas war als auf dieses Buch, weil hier wirklich das gesammelte Wissen dieser 15 Jahre Selbstständigkeit drinsteckt. Und worum geht es eigentlich ganz genau in diesem Buch? Ich habe in dieses Buch alles reingepackt an Wissen, was ich gerne schon in der Schule gewusst hätte. Was hätte ich gerne vor meiner ersten Gründung schon gewusst, um viele, viele Fehler zu vermeiden? Das alles findest du in diesem Buch. Das basiert im Wesentlichen auf drei Säulen. Die erste Säule sind so Basics, die man kennen sollte. Also Basics Steuern, Basics Buchhaltung und Basics Sozialversicherung. Die zweite Säule ist der ganze Gründungsprozess. Gewerbeanmeldung, Steuernummer beantragen, die erste Rechnung schreiben, sich überhaupt erst einmal vorzubereiten, irgendwie durchstarten zu können. Und die dritte Säule ist Steuern sparen. Jeder, der Steuern zahlt, darf auch Steuern sparen, meiner Meinung nach. Da geht es nicht um super komplizierte Holdingstrukturen oder Familienstiftungen und sowas, sondern die ganz einfachen Basic-Sachen, die man als Selbstständiger kennen sollte, um seine Steuerlast zu reduzieren. All das findest du in diesem Buch. Und zum Start dieses Buches habe ich mir auch noch etwas ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar gibt es nicht einfach nur das Buch, sondern auch einen Kurs zum Buch. Und zwar super klein, super exklusiv. Ich möchte zwischen Januar und März 2024 mit 50 ausgewählten Leuten einmal, ja, ich würde mal sagen, den ganzen Gründungsprozess, die ganzen Inhalte, die auch in diesem Buch stehen, einmal gemeinsam durcharbeiten. Und zwar in 12 Live-Sessions. Du hast die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich werde all diese Fragen beantworten. Wir schauen uns an, wie man eigentlich Buchhaltung, Steuern und all diese ganzen Dinge in der Realität auch umsetzt. Das heißt, das Ganze sind keine Videosammlungen, sondern wirklich Live-Sessions, in denen wir gemeinsam arbeiten. Und nach diesen 12 Wochen bist du wirklich optimal vorbereitet für deine Selbstständigkeit. Und unter allen Vorbestellungen in diesem Jahr verlose ich 10 Plätze für diesen Kurs. Das heißt, wenn du dieses Buch noch in diesem Jahr vorbestellst, sicherst du dir die Chance, in diesem Live-Gründungsseminar teilzunehmen. Was musst du dafür machen? Erstens, du musst das Buch vorbestellen. Alle Links dazu findest du einmal unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke sie dir aber auch oben rechts. Dann klickst du auf den ersten Link in der Videobeschreibung, lädst da einfach einmal deine Bestellbestätigung hoch und dann bist du im Lostopf. Ich freue mich, dass es jetzt endlich so weit ist, dass ich endlich mit diesem Werk meine Arbeit aus 15 Jahren Selbstständigkeit an den Start gehen kann. Und ich würde mich natürlich auch sehr darüber freuen, wenn du das Buch vorstellst, aber auch unter Umständen, wenn wir uns in dem Gründungs- und Steuerseminar auch persönlich kennenlernen würden. Musica Musica Soul